Ich als junge Forschende und Lehrende empfinde den Punkt Freiräume zur Entwicklung neuer Ideen besonders wichtig im Leitbild. Der akademische Nachwuchs hat ja den Auftrag, Wissensgrenzen zu erweitern, um wirklich neues Wissen zu schaffen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass neue Ideen ausprobiert und umgesetzt werden dürfen. Und dabei ist eben auch wichtig, die Freiheit zu haben, mal nachjustieren zu können, wenn aufgestellte Thesen nicht bestätigt werden oder geplante Konzepte nicht aufgehen.